Zwei Einsätze werden jeweils in den dafür vorgesehenen Führungen verstaut. Der Hobel mit dem dritten Einsatz passt genau in das Hauptfach der Box und der Halter findet seinen Platz auf den passenden Haken. Um das Gerät aus der Box zu entnehmen, lösen Sie die Sicherung und ziehen es einfach heraus. Die Multibox kann sowohl stehend als auch an der Wand hängend aufbewahrt werden. Eine genaue Anleitung liegt jeder Multibox bei.